Herzlich willkommen zur virtuellen Wohnungsbesichtigung in Bernau bei Berlin. Die Neubauwohnung mit vier Zimmern und gut 113 Quadratmeter Wohnfläche befindet sich im Schönfelder Weg. Wir haben hier einen geräumigen Eingangsbereich, einen kleinen Abstellraum, das Gäste-WC links mit dem Waschmaschinenanschluss, geschmackvoll gefließt, Waschbecken, WC und Fußbodenheizung. Die Wohnräume sind mit hochwertigem Laminat ausgelegt. Die gesamte Wohnung ist sehr hell durch ringsum bodentiefe Fenster mit Außenrollos, die elektrisch zu betätigen sind. Wir haben zwei wunderschöne Balkons, sehr geräumig. Hier sieht man die Kochnische für die demnächst noch einzubauende Einbauküche. Ein geräumiger Flur in die Schlafzimmer bzw. hinten liegenden Zimmer. Drei an der Zahl. Alle drei Zimmer sind separat mit Temperaturregelern ausgestattet, um die individuelle Wunschtemperatur jedes Zimmers einstellen zu können. Alle Zimmer auch hier mit Laminat, vielen Steckdosen, bodentiefen Fenstern, dreifach verglasten Schallschutzfenstern. Und eine tollen Raumaufteilung sowohl für Familien als auch für WGs, Paare mit Homeoffice, also für vielfältige Nutzung. Das hintere Zimmer hier verfügt über einen weiteren Balkon. Die Balkons sind beide überdacht, das heißt man hat auch bei schlechtem Wetter die Möglichkeit draußen zu sitzen. Und wie gesagt, herrliches Tageslicht. Sämtliche Räume sind wirklich sehr, sehr gut beleuchtet. Zum Schluss finden wir hier rechts noch das Gemeinschaftsbadezimmer. Als Vollbad mit Badewanne, großzügiger Dusche, WC und Waschbecken, sowie sehr schön Fliesen und Handtuchheizkörper. Und auch Stellplatz für Utensilien und Platz für einen schönen großen Spiegel. Das war die Wohnung in Bernau bei Berlin. Vier Zimmer, 113 Quadratmeter Wohnfläche. Zur Wohnung gehört außerdem ein schöner geräumiger Keller, Abstellraum, ein Tiefgaragenplatz und ein Außenstellplatz. Bei Interesse melden Sie sich gerne, ich freue mich auf Ihre Anfrage.